Als einen schönen Abend von meiner Seite, vor allem an den Kommandanten und damit an die ganze Feierwehr, wie er schon vorher gesagt hat, großkramt am Islsberg Unterstützung, das heißt die Feierwehr ist immer in Einsatz, aber wer die Schattenseiten und die gefährlichen Seiten des Lebens sieht, der sind meistens diejenigen, die besten Feste feiern können. Und das beweist das Feierwehrfest jedes Jahr. Heuer haben wir einen Blick mit dem Wetter, in der Früh hat es zwar nicht so ausgeschaut, aber die Feierweiter, wir haben gesagt, sie waren so brav das ganze Jahr, dass wir heuer da bis in der Früh feiern können und morgen auch einen schönen Frühschocken haben. Ich möchte es zum Anruf nennen, Danke zu sagen, Danke der Feierwehr, Danke dafür, dass Sie für uns alle einstehen, nämlich Tag und Nacht. Ich erlebe die Einsätze ja Gott sei Dank immer noch über das SMS, während es die Nacht ausruft. Danke vielmals, ich wünsche euch, dass es von allen Einsätzen gesund zurückkommt, dass in mir, in der Stadt, dann wirklich große Unglücke verschont bleiben. Ich wünsche uns allen und euch ein wunderschönes Fest, feiert es kurz, komponiert es recht fest, es gibt auch jetzt der Feierwehr zu Gute und spätestens morgen beim Frühschocken sehen wir es vom Wetter. Also ein schönes Fest, das ist ein Wetter am Wochenende, Danke vielmals. Vielen Dank für die neuen Worte, wir stimmen natürlich an, wünschen alle einen schönen, gemütlichen Abend, mit dieser Musikzeit frei, lasst euch ein bisschen losgehen und wer morgen auch noch Zeit kommt, wird von morgen unser Karten noch ein Zähne und anschließend für den Frühschockens, Kinderverfahren am Abendmessen, reizigen Sie euch auch noch einmal, danke nochmal, es ist ein schönen, guten Abend. Vielen Dank.